Hallo und willkommen bei Gecko Connect, eine virtuelle Welt, in der Sie arbeiten, lernen und spielen können. Wählen Sie eine Szene aus, die Sie möchten, und innerhalb von Sekunden steht Ihr Avatar im Mittelpunkt, während Sie sich mit Ihren Gästen beschäftigen, egal ob es sich um Kollegen, Studenten, Familie oder Freunde handelt. Unsere intuitive Steuerleiste erleichtert den Zugriff auf Quiz, Emotes, Bildschirmfreigabe und sogar Teleportieren. Mit räumlichem Audio können nur Personen in Ihrer Nähe Ihr Gespräch hören. Gestalten Sie Ihren Avatar für ein wirklich personalisiertes Erlebnis, mit über 20 Millionen Kombinationen zum Spielen. Bringen Sie alle zusammen, um zusammenzuarbeiten. Sie können Ihre Inhalte direkt in der Szene auf dem Bildschirm teilen und die Leute in Echtzeit durch Ihre Präsentation führen. Verstehen Sie den Wissensstand der Menschen mit unseren integrierten Quizfragen, die das Engagement mit einem zeitgesteuerten Punktesystem erhöhen. Sobald Ihre Gäste mit dem Zimmercode beitreten, gibt es keine Videokameras, das heißt, jeder bleibt völlig anonym. Organisieren Sie Ihre Gedanken und präsentieren Sie sie auf unseren Scribble Boards. Diese digitalen Whiteboards können wie Ihre realen Gegenstücke für Skizzen, Diagramme und Spiele verwendet werden. Ihr virtuelles Selbst kann Emotionen zeigen, Meetings abhalten, sozial sein und Spaß haben. In unseren Free-Room-Umgebungen können Sie herumlaufen, um den Platz auszuwählen, der sich für Sie richtig anfühlt. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Gruppe für intimere Gespräche in kleinere Gruppen verlegen, indem Sie einfach in andere Räume oder Räume gehen. Mit Gecko Connect werden Ihre Meetings nie wieder dieselben sein.